Moin moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay zu Battlefield 3 Koop. Wir spielen heute Hit'n'Run, ich bin ein bisschen erkältet und der Bobama 61, mein linker Flügelmann ist auch da, um mich zu unterstützen. Wir werden das heute auf einfach spielen, da wir ein bisschen auf Trophy-Hunting aus sind. Und auf normal ist das einfach unschachbar. Eigentlich geht es ja darum, dass ich morgen oder übermorgen mein MW3 bekomme. Du kriegst es einen Tag später, habe ich mitbekommen. Und ich weiß nicht, ob wir dann noch die Kurb, Zeit für die Kurb müssen wir haben oder nicht. Weil wir dann Kotz suchten werden. Fricht Bärschnutzung. Angeblich. Na, entschuldigen für meinen grauen Ton hier. Okay, primär Ausgang rot, bereitet sofort Versteigung vor, blablabla. Warum stehen hier immer Apple Computer? Wie nutzt die Klinge aus, um Durchbruch zu verhalten? Oh, äh, alter. Wutaschnippe. Wow! Alter! Die Schöner, was steht? Nimm mal die Rechte, nimm mal die Tür hinter uns, Digga. Was war die Tür hinter uns? Hinter uns ist eine Tür. Okay, die, okay. Ich bin fast weg gewesen, man. Ich hab' nicht gerade, woher kommt. Pass auf, ich will die Trophie haben, man. Also du nimmst recht, ich nehme links, okay. So, es ist immer noch warm, bis die Lina kommen, oder wie? Ja, so sieht es aus. Warte, es gibt vor uns eine und nehmen uns eine, welchen Mann zu tun? Ja, links kommen die durch die Fenster, musst du aufpassen. Also deswegen nimmst du die linke Seite und du nimmst einfach die rechte Tür. So was zweit tun? Du nimmst nur die rechte Tür, das reicht schon. Und ich nimm, die vordere, nimmst nicht. Wie, ich weiß nicht immer noch, ich muss am nächsten Rund aufstellen. Also ich hab' nur einen, und du? Nein, ich muss ja gucken, wie wusste ich noch mal, okay, was aus? Okay, ne, ich hab' auch noch eine. Pass auf die Tür auf. Pass auf die Tür auf. Wie soll man die, ja, ich schalte einfach drauf, wenn wir eh hier... Ich weiß, es ist mir gerade zu gut. Okay, äh, bisschen mehr als meiner Klaasen. Ja, wir hätten mal lieber die Missionsbeschreibung lesen sollen. Ja, das ist ja nicht mehr so. Ah, zieh durch die Garage, also, wir müssen hier durch können. Ich hab' Angst. Wow, hast du den gerade weg, rotz da hinten? Ja, von Wohle, ich werde auch hinter die Büro. Ja, weil er gerade ungefallen ist, wie so ein Blatt Papier. Nicht down gehen, nicht down gehen, nicht down gehen, nicht down gehen. Ich kann einfach rennen, einfach rennen. Warte kurz, ich hab' ne Shot, genau, mal hier. Uh, hier gibt's voll die coolen Waffen. Hey, pass auf, Alter, nicht, dass du stirbst, hast du gehört. Du musst aber voll die coolen Waffen auf dem Boden. Nee, ich hab' nicht sterben. Zieh die Dinger durch. Was schießen die denn? Ah, nicht schlau, noch rein. Ja, vom Fenster, das ist ja nicht ein Sechen. Ja, ich versuch's, krass. Da müssen wir nichts aus, Christe. Wo ist denn die Dinger hin? Na, ich geh' auch mal weiter. Na, ich laufe direkt mal hier zur Treppe, man. Die Fenster sind mir mal gar nicht. Die, Alter, nicht, denn... Du blendest mich runter. Müssen zur Garage nur so mit, Sonny. Ja, ich weiß, und die Garage ist tief. Oh, nein. Von links, von links. Oh, shit, Mann. Alter. Ach, dich mal was Licht aus, man, gestört, nur, Mann. Die Wichser da oben alle kampieren, was geht nah ab? Wir sind nur zwei und ihr so... Wir sind auch ein Superscord. Aber natürlich, man, wir sind das Battlefield 3 Team Junge. Die Bäscher der Existenz. Okay, für Kappen und nicht. Ja, irgendwas muss ich halt sein. Wow. Oh, oh, oh. Alter. Knapper. Wie kommt so mit der Vorher sich gerade die Kittel an, du, damit so um, wie hinten rum. Ey, wenn du gerade wüsstest, wie ich kurz hier vom Abnippeln war, dann wüsstest du so eine Scheiße nie wieder hier von ihr geben. Äh, nein. Oh, 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 warte mal, warte mal. Ah, 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 ah. Egal. Äh, egal. Ja, ich bin noch ein Piersikunde. Huh, uh, ah, ah. Nimmst du rechts oder links? Also ich bin glaube ich schon. Ich bin auch so Mission, wo man die Russen nur bleiben muss, ne? Ja, genau, das ist, ähm. Das ist ein Gebäude zumindest. Ich glaube nicht, ne. Oder? Ja, das kann doch, das kann die Bank sein. Ja, stimmt. Das muss ich nicht. Klappen abgelanden, jawohl, die Woman sind. Ah, jetzt bei mir auch. er hat mich nicht machen Nini wir haben schon nicht so gut sie ist blockiert ist hier Obo 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 die Gnome und Jochen Schiff Oro die Ecke zu ihm ja wenn er die Äpfel wird die ganzen Meckler erst mal erst so klar wie die Tür zieht voll die Schleichwerbung hat zieht euch mal und Granaten könnt ihr euch sonst wohin schieben Anni Basz-Hanne gerade zurückgeworfen Köln Aumann also kennt ihr das Gefühl wenn man so beschissen krank ist nichts zu tun hat Außergratiert Battlefield zu bashen Warten bis Gott kommt dann hast du mehr zum Berschen Ey du weißt nicht wie ich mich gestern gefühlt habe wo mir einfach das Internet abgeschritten ist für 24 Stunden Meine Fresse Du bist krank kannst kein Fernseh gucken kannst nicht telefonieren so richtig von der Zivilisation abgeschnitten das ist echt Ja das ist halt ein neuerreicher Ansicht Ja das hat irgendwie nur der Anbieter Kabelbewerb anguckt Die Fotzen Warte mal Kabelbewerb ist scheiße ist ja nur eine Untergruppe von Kabel Deutschland Schwing deinen Arsch Ey Soll es mir nicht so tritzen, Mann Hallo, keine Munition Hast du ihn? Die Szene sei aber wie wir lustig aus Ersteht dann noch so Kurzverpackt der Welt die Chüterin eröffnen Warte bis zum Team Graf in Position Ey Gen-Position Affirmative Okay Die andere Tür Move Ich glaub du musst runter In den Runden kommen wir die ganzen Aufmerksamkeit Innen, Innen, Mister, es rappelt in der Kiste Position annehmen Was wolle ich jetzt machen? Kreisdrücken Hab ich ja gemacht, die Stimme Okay Na klar Okay Ich hab also Also ich hab's Du jetzt oben Ja, ich bin oben Unten sieht's ja schon irgendwie Scheiße aus Wenn diese Gelüartisch und Ja, ich komm ja Ich komm ja Sehe nur die ganzen Köpfe rumflitzen Ja, ja Wow Zwei oben muss recht Ja, die musst du aber übernehmen Ja, ich hab nur das halbe Team ausgelöscht und mit einer Granate Aber wir helfen ja nicht Ja Es ist ja auch hier 50-50, oder? Also, naja, was wir grad hier abziehen, was wir grad hier sind, ist nicht 50-50 Garant Ja, der stimmt 80, 20 für mich Na, naja, 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 das sehen wir dann noch Na, naja, naja, das sehen wir dann noch Sorry, 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 sorry Sorry, sorry, sorry Die Relation stimmt Absolutely Oh mein Oh mein Fresse so also ich nehme links die Schocker eine Rage, das ist ja überschlimm okay, wo sind denn die ganzen Muschis? ah ok hier fressende Nate, ihr Lutscher auf, auf, auf ihr hast nicht blenden, nicht blenden, blenden ist gar nicht cool wo ist die Munitionskiste? hier hat die Konzern hier hinter mir ist eine Munitionskiste, ja genau naja Munition, eine Schicht sind immer gut die Richtung Garage wer da habe ich auch, Achtung, rechte Seite ohne mittleren Ding ja das du schon boah, der ist cool geflogen, man so richtig Stuntman-Line Start-Action ja komm jetzt gibt's ja, der kommt ich habe die Schocker haben, äh, Multiplayer-Zocken die irgendwie überviele die hat ja auch über-Range das scheiß verkackte Ding, man die Door-Dada oder die heißt? ja genau die ist ja irgendwie so ein Abklatsch von der Spaß, die scheiß Ding nein von der Striker hier sieht ja mal über aus wie die Striker rein also mal hast du ah ne, du hast das Ding, okay sorry, hab's grad verwechselt alter, hier ist es so dunkel das gefällt mir mal gar nicht soll ich dir nicht stimmen? welchen Vampires und oh ja, die saugen mir das Blut aus sind hier bei Twilight Sohn oh mein Gott, natürlich Twilight habe ich ja ganz vergessen der Kult schlechthin für jeden Frauenschwarm bist du mein Jacob oder ein Edward? ich bin Team Edward Jacob ist gay dieser Wolfsjunge ich geh da nicht in so'n räudiges Hundeteam Alter ey ey da mal die hat's dir alles weg man ohne Scheiß schriechst du einfach nur schwul durch den Gang durch und ich fick mir alles weg man darf man ficken sagen? nein oder? ach du kannst so viel ficken sagen wie du willst es kann gefickt werden es kann gepflegt werden äh 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 jetzt nicht dasselbe zum Musik ficken flicken genudelt gebumst geknackt geknattert du kannst es umschreiben wie du willst ähm ähm okay, jetzt Munition boah nicht ins Gesicht es tut mir leid ich kann dir auch auf deine Nülle schießen oder sonst was schließt dein ey, ich bin doch neben dir hör hör wie er ihn gerettet hat gesehen wie er ihn beiseite geschubst hat äh ich habe ihn drauf geschossen ach so, wenn das so ist ja genau das ist diese Scheiße das Auto umringt Auto kuckuck na guck mal das ist neu dieser Mission wir sind letztes Mal mit den Russen sind wir von da gekommen jetzt fahren wir mit den jetzt fahren wir einfach wieder raus jo wow das war der Besinn, dass wir jetzt oh mit dem Russen geiler Fahrer und ehrlich zugeben ich habe niemals behauptet dass ich meinen Führerschein mit Krabur bestanden habe aber ich habe bestanden wow, alter kommt schon das ist disgusting jawoll bam genau dafür hat es sich gelohnt ha ja mal schauen die Statistiken oh du Banane wer hat hier mehr gekillt hä Junge äh ich ha 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 da habe ich mehr Kopftreffer ok dafür hast du vier Kopftreffer mehr ok alles klar aber Retterkills habe ich mehr siehst du ich hab dir öfter den Arsch gerettet Junge also ja Jungs und Mädels das war schon mal wieder von uns mit der Folge und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wir haben uns euch da ciao 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 ciao